herzlich willkommen zu einem neuen video von overwatch heute wollen wir mal wieder ein bisschen ja einfach mal spielen ich habe mal wieder hier den silver mit dabei hallo und da wollen wir jetzt erstmal ein bisschen spielen aber erst mal eine lootbox öffnen ich glaube diesmal spiel ich mal einen komplett anderen welchen spiel ich denn ich glaube ich spiel diesmal simetra ja ich noch nie gespielt und er hat so einen hässlichen pinken skin bei mir ich bin mir diesen komischen gelben ja sieht gelb sieht auf jeden fall besser als als pink sage ich mal so ach wie es aber der sieht wirklich nicht so gut aus ein so gut finde ich hier ist je dieser oasis skin mag ich ganz gerne der legendäre aber auch dieser ich kann die mag ich auch aber in der entwicklung die europäische zwei siegte muss man ja nicht viel können da muss man sich ja bloß links liegt können und man muss halt in der nähe sein von dem von den gegnerischen helden okay keine heilerschein auch wenn ich werde in mürzisch und dann um was bei mir schaden rein weil ich alles treffe oder immer wird mal gucken ich hab die noch nie gespielt wir stehen einfach afk im spawnraum rum und deine ganzen schütten ich hab einfach hier recht klickt gedrückt auf dich und dann ballern wir die weg ich hab ja eigentlich auch ein legendären wie zinberg diese ähm zwei küre aber ich werde die hier hinten machen hier oben hier so durchkommen dann werden die abgeschoben ich mach die irgendwie hier hin keine ahnung ach da doch doch da unten halt dann kann ich hier nämlich so ein bisschen noch ähm ich werde aber noch nicht mehr verstecken was sagst du ich werde auch bei der Unisa sein guck mal ich kann solche richtig fetten kugeln abfeuern vier, drei, zwei, eins Anleifer nähern sich oh da oben ist jetzt ein System nein ich muss doch nur einmal drüben ja oh da kommt ein Bastion den Bastion müssen wir durch der Affe, wir haben einen Affe ja die Gegend den Affe und einen Handelpfand hm 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 Wo bist du? beim Hanso Ich hab ihn, ich hab ihn weg, sie müssen leider seine Dinger sind kaputt, ne? weil der Bastion ne, doch nicht, doch nicht. Das ist krank kaputt ne, der Bastion ist einfach nur durchgekauft aber ich glaube der Bastion wird behave ich do mit needereen kam ich doch noch einer Läzischussanlage Einsatz bereit okay also aushalten kann ich auf jeden fall nicht pass auf über der weeper der kommt jetzt und ja ich bin extra es gibt immer noch viel zu tun es gibt auf jeden fall viel zu tun der bästchen Ah man, ich will lieber ein bisschen. Hey. Ich hätte vielleicht noch meine Verteidigungsanlagen mal, äh, mal aufstellen sollen. Meine Arbeit hier ist noch nicht getan. Oh, schau dich, warum? Nein, nein. Oh man. Die Ordnung überwindet das Klau. Hast du nie gekriegt, kriegt das Klau. Hilfe. Nein. Ich kann die ganze Zeit meine, äh, meinen Dings nicht hinsetzen, weil... Ich, die ganze Zeit keinen passenden Platz finden, richtig. Ja, ja, zum Schluss ist... ...dem ich war nicht mehr so toll, weil... ...wann mal nicht mehr... ...eine Klau. Langsam halt. Schiefgenau. Ach, scheiße, ja. Nicht schlecht. Schiefgenau. Ich glaube mit Symmetra bin ich nicht ganz so gut. Vorhin halt erstmal eine Goldwaffe. Highlight des Spiels. LOL, hä, ich bin Highlight? What the fuck, was hab ich denn gemacht? Wuh, das ist ja ein tolles Highlight. Ach so, wo die alle da durchgelaufen sind, oder was? Haha, das ist fantastisch. Ein Highlight, das war ja na. Nicht so toll. Doch, das war das Highlight. Haha, das war das Highlight. Das war ein Highlight dieses Spiels. Oh Mann, ey. Naja gut, Tim, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.